Mein Name ist Arno Rautzenberg und ich bin Kleinvermieter in Berlin. Ich lege Wert auf langfristige Mietverhältnisse. So hört sich das so an, als ob es langfristig was werden kann. Und da, finde ich, kann man bei, so wie Imos gerade aufgebaut ist, dass man nicht nur eine Bewerbung bekommt, sondern dass man auch ziemlich schnell die Unterlagen nach dem Schema sortieren kann und dann eben sieht, das passt oder das wird wohl nichts geben. Man hat mittlerweile gerade in Berlin sehr viele Interessenten, die man, wenn man so fair behandeln will, die man dann auch damit kommunizieren muss. Und da ist eben der Imoscout sehr, sehr weit. Wenn man jetzt Besichtigungstermine zu organisieren hat oder Einladungen zu schreiben hat, das ist wirklich sehr gut, das kann ich eingeben, sehr schnell. Es vereinfacht mir sehr die Arbeit.